hallo leute ich begrüße euch herzlich zu diesem splatfest da mein internet kein bock hat live stream zu machen dann mache ich halt wieder zwei drei aufnahmen damit fickt dich internet ich werde jetzt aufnehmen gut ja da war man direkt anfangen noch mal beim intro obwohl ich im stream gemacht habe aber dann habe ich auch noch eine halbe stunde gemacht ich wollte noch mal bei twitch versuchen aber hier leck mich ich bin richtig angepasst und freue mich schon richtig hat mit quitten zu können ja okay dann fangen wir halt hier machen an deswegen ich wollte nicht direkt anfangen aber ist egal hey alles spritz bei euch hier ist in der cool frisch mit meinem körperl ist platz welche super kraft wird ihr wählen die kraft zu fliegen oder die kraft euch unsichtbar zu machen das hier sind die arena für das plattfest die akustik hier ist der wahnsinn meine stimme klingt fantastisch nicht dieselbe stimme imitieren ja das ich schon klettert das ganze etwas marina marina die augen der statuen leuchten nachts ich schwörs ach das sind bestimmt nur die augen von mit richter mini mit richter warte mal pernmeld akademie hat auch hat man doch schon das letzte mal hey für dieses blitz was haben wir eine besondere arena verbreitet wieder die wandelzone im stream weiß ich ja schon wie die aussieht ja wunderbar und denkt daran ihr seid cool wir sind händler cool wunderbar lasst uns keine zeit verlieren ich habe mich schon bis zum voller keine flugferien gemacht und ja wir fangen direkt an wir ersparen und das laufen fange direkt an aber mit was für eine waffe am besten ich glaube ich muss doch mal noch mal zur arti hingehen hehehe das habe ich doch ein bisschen vergessen und so dass mit der pace kann ich glaube ich bekenne jetzt ein größer gemacht wartet mal was ist mit dem update also muss noch freischalten da level 20 warum haben wir das so klare level 20 scheiße okay dann wird das erst später was was nehmen wir spontan dann gehen wir mal den hier und da dann noch was zu sagen weil diesmal nämlich die galon da hat man noch irgendwas zu sagen oder machen info der 52 galon ist noch immer die erste wahl wenn es darum geht große menge tinder von a nach b zu fördern und wenn jemand dabei im weg ist hat er pech gehabt das geringe feuer tempo erfordert allerdings ein auge auf die umgehung ach egal das juckt das diesmal kein wir haben splat fest es muss gesucht werden bis zum fanclub leider verdammt noch mal ach so der macht das ganze dinge noch mal alle vorlesen dann zurück zurück gescheiße ok da werde ich sagen es geht dann geht es gleich weiter wenn ich die 52 galon ausprobiert habe wenn nicht okay vielleicht für zwei drei runden oder so mal schauen aber sonst mache ich mit einer main weapon oder so einfach so drauf los mal schauen ja wir sehen uns gleich in der ersten runde im splat festkampf also bis gleich ich bin bisschen hyperaktiv also ja bis gleich tschau gut nach ungefähr fünf minuten mal drei was für fünf minuten trotzdem recht lange war geht es endlich los hier mit der 52 galon ja naja ich weiß ja zum glück wie sich die ungefähr spielt aber irgendwie bevorzug ich lieber die als die andere ich glaube wie heißt die noch mal 92 galon oder so hat so eine lange reichweite aber die schießt halt langsam das ist halt so naja nicht so mein ding nenne ich es jetzt mal aber ich werde jetzt die facecam erst mal so lasst du vielleicht doch etwas weiter nach oben ob das was bringt keine ahnung habe ich auch schnell gerade ich könnte es sogar etwas noch mehr weiter nach oben setzen nein ich hab ich sehe doch das doch was ist aber ich will jetzt einfach mal meine ulti ein verdammt gleich am besten drauf schießen was war das für ein fail ok bts kommt schon wir müssen das schaffen es sieht gerade richtig kack aus akkomm no risk no fun ja ich hab dich noch gehabt ne hehehehe wo war das knapp hey nicht betrug ok ich habe ich habe ich habe ihn ich habe ihn trotzdem das war zwar richtiger betrug aber ich habe mich gut angestellt ich habe mich nicht von den königenbanken treffen lassen das wäre noch schlimmer gewesen als sonst aber ja gut ne wahrscheinlich und wie gesagt ich habe es jetzt auch mit dem ice team jetzt das kann nicht sein es kann nicht ja hier du kommst jetzt nicht hier wo es kannst du verpiss dich gut schon wie gesagt ich bin so übel zum welt gerade ne ich hoffe ich habe mich doch gehabt hätte wäre das so peinlich gewesen neeeh einfach doch hoch ich will nicht campen ich wollte nur ganz kurz mal vorbeischauen alter the fuck man komm nochmal nochmal hier ich wollte gerade sagen hamsterrad aber das ist ja nur so ein hamsterball ich hasse sowas ne ich hasse sowas wenn man stirbt und noch eingetroffen hat weil das bringt den scheiß es bringt einfach gar nicht mehr mit der verkraft man ich kann man gleich aufgeben was ist das für eine scheiße man fickt doch alles man ja ich werde hyperaktiver am start wahrscheinlich ja danke für die zwei punkte wenigstens hat das spiel erbarmt mit mir das ist wenigstens gut okay dann machen wir direkt weiter der nächsten runde also was gerade unnötig mit der hand gemacht habe ein bisschen dämlich aber okay wir spielen mal wieder gegen unser eigenes team geil als ob wir nichts besseres zu tun haben ich denke manchmal auch so dabei doch passt schon passt schon passt schon ne weil es muss ja sowieso eine andere farbe sein von daher kann ja nicht blau und blau sein das wäre übelst unübersichtlich okay ich könnte meine switch aus schwarz weiß stellen dann wäre es etwas interessant ah scheiße oh nein das war so klar warum laufe ich in diese base rein verdammt nochmal nein okay auch schon mal da einer tod ist ja wunderbar na gut ne dann werde ich dann doch nicht erleichtert das so wie immer jetzt nur noch videos machen und irgendwann wenn ich besseres internet habe werde ich irgendwann streamen erst wenn ich wirklich besseres internet habe das bringt einfach nichts wenn ich knapp 1 m bild im upload habe ich glaube ich streamen will dort youtube braucht man mindestens über zwei im bild im upload oder so irgendwas mit 2500 200 oder so kabel oder so irgendwie sowas geklaut soll das scheiß okay ich kann zwar nicht viel anrichten aber ich werde trotzdem mal den den detektor weiter nach vorne der hat nichts gebracht der versteckt sich irgendwo aha ja gut Soundtrack ist immer so schön ich könnte immer so vor mich hinsingen aber das ist bisschen zu cringy deswegen lasse ich es lieber vielleicht schaffen wir es doch das ist so wunderbar okay er sieht ja recht gut aus aber wie gesagt Revierkampf ist für den Arsch nur die letzten 30 Sekunden entscheiden wirklich viel ich entkomme gleich wird aus dem hamsterrad auch wenn das so ein bällchen ist aber es wirklich eher weniger ach man warum hat warum tötet ihr den jetzt schon okay gleich mal campen komm 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 hehehehe toll zum glück kam man schon keine tricklandung an aber das aber diese diesen stat bekommt man selten naja schade so eh ich mach das zwar nicht weil es asozial ist aber Squidbag muss jetzt grad noch sein ne nächsten gemacht alter was geht ne ab gerade ey what the fuck man scheiße bin ich dumm bin ich dumm gerade calm down calm down bevor du dich doch aufregst ich könnte mich wieder aufregen naaa ich bin überhaupt nicht im übersteuern nein OPS zeigt doch nicht die ganze Zeit rot an nein holy shit man hätte der mich jetzt noch gekillt alter ich wär so ausgerastet ich wär eskaliert bis zum geht nicht mal da aber aaaaaa gut äh wieder 9 9 9 1 auf so genau bis zum detail alter man aber zum glück haben es wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir haben es geschafft das ist gut oh nein na gut hihihi okay ja da geht es weiter in der nächsten Runde bis gleich und dann geht es hier weiter in der nächsten Runde warum habe ich gerade diese beschissene Bewegung gemacht die war voll unnötig egal ich habe es einfach trotzdem gemacht weil darum haha gut jetzt habe ich gar nicht aufgepasst aber ich glaube wir spielen mit mit uns selber beziehungsweise halt im eigenen Team und so wieder ach mann ähm da sind manchmal recht viele dabei wo es eigentlich ausgeglichen ist mehr oder weniger und trotzdem kriegt das game manchmal manchmal ein wenig gepackt oder so das Gegner Team herauszufinden äh komm hier ich hasse diese Pinsel komm verpiss dich gleich mal wieder ja du versteckst dich ja ne na komm mit Pinsel ist nicht so geil aber ich hab dich trotzdem gekillt mhm hat die Tähne geschmelt ich hoffe es man merkt mal wieder ich bin richtig übergetypt und das habe ich schon ein paar mal gesagt aber ist mir egal ich wiederhol mich gerne aus Natur ne ja pinst du du Spacko ey ich will schon wieder nicht ja weil mich das so aufregt ne ohne Witz das ist so das ist so lächerlich ah verdammt man komm pisse dich den haben wir schon mal vernichtet komm Pinsel kommt jetzt auch noch mit dazu ich bin zwar tot aber ich hab ihn gekillt aber ich hab ihn gekillt ey das ist echt wahr man das ist so scheiße es bringt einfach nichts wenn man jemanden killt und dann gleichzeitig stirbt was verpiss dich Mann was ist los Mann Alter das fuck mich ah so krass ab ne unmöglich scheiße ich geh jetzt einfach nach unten komm einfach mal sonst gut Glück scheiße stimmt hier irgendwo im mitte der Plattform ok den Pinseltyp habe ich irgendwie erledigen können komm setzen wir die Hamsterkugel ein die jetzt nicht so viel gebracht hat toll na komm schon geh ja schön von hinten attackiert verdammte scheiße nein Pinsel ja ah triple kill bitches nice einfach einsetzen so für Auslangeweile yeah ah es liegt gut ja danke danke ach man gut aber neun killt war sogar ganz ok gib mir mehr punkte mir fehlen noch zwei punkte dann bin ich schon mal super das ist schön die an die anfängen gehen immer so recht schnell aber naja bis super fällen oder so geht es immer danach kommt glaube ich schon glorreich glaube ich das dauert halt eine weile ne ne nach super kommt da noch irgendwas aber ich habe es gerade mal wieder vergessen egal machen wir doch mal in den nächsten runter weiter ne das ist dumm und wir haben nochmal das war genügend in der wandel sondern zu spielen wunderbar die erste version war eigentlich auch ganz nice also ich fand es auf jeden fall sogar für cool aber es hat manchmal so ein kleines bisschen abgefuckt muss ich irgendwie zugestehen mit diesem beweglichen platz war mir so eine gute idee irgendwie ich habe es einfach hinbekommen und auch so dass ich nicht so richtig darauf geachtet habe schon mal den first kill gemacht irgendwie ich habe nicht so richtig drauf geachtet deswegen bin ich ab und zu wegen diesem platz und einfach sterben gegangen einfach weil ja aus eigener dummheit ich komme auch nochmal komm ne ne werde ich jetzt auch benutzen da komme ich aber nicht hoch ja alles klar ne hier kommt gleich einer scheiße man nein ich scheiße auf die einladung nein das werde ich jetzt nicht machen es gibt wahrscheinlich sogar wirklich leute die den voice chat benutzen ja meine eigene meinung dafür das war es auch schon ne wobei nicht ganz ich finde es einfach richtig unnötig jeder hat discord und wenn sein muss auch ts das reicht oder für etwas ältere leute vielleicht sogar noch skype the fuck was macht denn der ja hallo auch mal am sterben oder so das war gerade etwas komisch aber ok kann ich irgendwie hier hoch ne einfach nicht weil darum ha zum glück habe ich noch hitmarker kassiert aber trotzdem sogar noch geschafft soweit wunderbar lol lol den nächsten kill gemacht wird immer besser ich hätte schon Bock mehr rauszugeben ha nice man man dann wird wir da von hinten akiert nein das sehe ich nicht ein und ab ins hamsterbällchen aber das explizieren hat jetzt nicht so einen großen radius habe ich so das gefühl nächsten kill gemacht alter was grad los ich glaube das gegner team ist ein bisschen schwach kann das sein lol lol jetzt läuft es doch gerade naja mal wieder luck seit langem ne ich war nur lol so ich glaube wir haben den sieg auf jeden fall wunderbar in der tasche ja wunderbar gegönnt auf jeden fall elf kills ich glaube da waren aber auch zwei drei assist dabei beziehungsweise kann das sein ich bin mir gerade nicht so genau sicher aber es wäre möglich kann sein kann sein wie gesagt ich bin mir nicht sicher würde ich sagen machen wir noch eine runde und dann war es hier für den ersten part es gibt noch ein zweiter auf jeden fall wo gemerkt und so ja letzte runde und ja jetzt ja dann geht es noch mal los ich glaube jetzt doch mal gegen ok nochmal gegen das wirkliche gegner team und nicht immer nur gegen uns selber wie das ist keine ahnung das ist komisch unbeschreiblich wird aber ok gehen wir noch mal unsere wichtig die habe ich schon mal ist auf jeden fall am anfang mal sehr schnell aufladen war kommt kann ich jetzt so voll spritzen schade geht nicht oder doch anscheinend habe ich eingetroffen aber nicht den team alter was geht mit ihr junge ich habe eingetroffen ich habe eingetroffen aber ich glaube das war nicht wirklich der auf ein jetpack glaube ich nicht alter gleich reicht es mir ne es kann doch nicht sein ey okay der hatte noch ein bisschen seine seine schutzschild noch gehabt aber trotzdem trotzdem muss ich nochmal versuchen ja trotzdem habe ich gekillt noch ein bisschen was einwerfen ich bin ich bin schon gerade dabei ja für dich cool alter trotzdem habe ich bis jetzt so hinten mag und kommen das ist noch recht gut so hehehehe hehehehe noch ein kill nice ey warum läuft das gerade so gut alter what the fuck ist ja richtig nice gerade ey okay keiner gerne so weiter gehen da hab ich nichts dagegen ne so so haben wir so erwähnt ne nebenbei im rande alles okay okay jetzt äh jetzt komm jetzt muss ich rückzug erstatten wo ist denn der na wobei hehehehe wo ist denn der fuck warum ich habe mich noch nicht mal angeetet das macht es ganz noch schlimmer aber egal wir haben gewonnen man gewonnen man wir haben mich zerlegt man junge haha alter ne warum 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 ich hätte jetzt Punkte bekommen zum kotzen ja fängt ja ne hört ja gut auf ne ja pfff toll ein paar oh scheiße ein paar gibt es noch so im Splatfest Teil und dann werde ich mich offscreen bis zum Fanclub leider hochleveln ja da sehen wir uns im zweiten Part im Splatfest wieder wir sagen bis zum nächsten Mal und tschau Leute machts gut tschau 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 Outro